Sehr gut. Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Für die Ehre. Wir sind der Tod. Machen wir erstmal die 10 Havoks. Fertig. Da oben wird wieder gekämpft. Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Um beides kaputt machen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Was? Komm zu um! Komm! Sie sind überall! Sagen wir so, solange ich immer genug Spiegelbilder zum Festhalten habe, ist alles in Ordnung. So, noch ein Havok und dann müssen wir auf das Aria warten für die... ...Nekromanten. Ja, unser Mondsilver wird auch langsam weniger hier. Ja, unser Mondsilver wird auch langsam weniger hier. Da wurde grad vorgesprochen, dass das acht Jahren ein ... ... oder ist ... ... oder ist ... ... oder ist ... ... oder ist ... ... oder ... ... oder ist ... ... ... So, jetzt fehlen noch 5 Nekromanden und dann sind wir voll. Fürs Erste. Dann können wir zum Angriff übergehen. Darum kriegen wir jetzt nämlich eh nicht mehr so massig rein. Weil im Augenblick bauen sie erst wieder Pilze an, während unser Nahrungslager wahrscheinlich noch produzieren kann, ja? Stehe bereit. Verstanden. Zu euren Diensten. Verstanden. Die Ruhne hilft. Die Ruhne befiehlt. Hört sofort ausgeführt. Auf dem Weg. Oh, jetzt kommen langsam stärkere Gegner. Das tut jetzt aber wenigstens Erfahrungsmitte. Kämpft! Achtung! So, Nekromanden. Feindlicher Angriff! Das kitzelt! Haltet durch, Männer! Komm zu oben! Komm! Sie sind überall! Alles kaputt machen! Alles gut. Und noch mehr Nekromanden. Das kitzelt! Haltet durch, Männer! Komm zu oben! Komm! Schließ die rein! Schließ die rein! Sie sind überall! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So, vorletzter Nekromand! Ja! Ihr habt mich beschworen! Ich wähle sie bereits! Ich habe ihr euch gehört. Lass auf... Jetzt geht's. Ich jetzt geht's. iosa Oh! Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es geht's. Ich habe kein Problem. Ich kann nicht mehr! Ich wüsste nur manchmal gerne, wozu die weiße Flagge da ist. Dabei können wir schnell feststellen. Ja gut, die weiße Flagge zeigt, dass das Gebäude funktionstüchtig ist und die blaue Flagge zeigt, dass das Gebäude uns gehört. Oh, da kommt jetzt eine Truppe. So, letzter Nekromant. Können die Nekromanten nicht einfach Skelettbogenschützen herbeibeschwören oder so? Für die Macht Nors, für die Ehre. Das wäre effektiver. So, dann warten wir, bis der Angriff noch an uns zerschellt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der letzte schon an uns zerschellt ist. Ja, dann speichern wir sicherheitshalber mal. Und gehen dann zum Gegenangriff mit Bonn. Zeit zu sterben. Verteidigt euch. Kämpft! Zurück mit euch! Ganz ehrlich, deswegen mag ich schwere Kriegskunst eigentlich am meisten. Man hält so verdammt viel aus und kann so verdammt viel austeilen. Gut. Nicht erst mal nach! Aber mich mal heilen. Das kürzelt! Verstärkt die Deckung! Au! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Gut, wenn er unten mal trifft, dann macht er Damage. So, speichern wir hier mal. Sicher ist sicher. Hier! Sofort! Und dann gehen jetzt der erste Schlag gegen... Und bloß! Mir nach! Das untere Lager los. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt! So, mit den nächsten 500 Aria, die wir kriegen, tun wir mal die Hexenmeister upgraden. Dann kommen nämlich die... Ja, die nächsten 10 sind dann Hexenmeister. Genau, da ist die erste Base, die wir loswerden wollen. Auf mein Kommando! Folgt mir! Nicht erst das! Für die Freiheit! Vorsicht! Euer Blut wird im Boden drängen. Ein ehrloser Hinterhalt! Zur heut mit euch! Für die Macht Norrs! Und da sterben ja schon die Kriegsherren weg. Die Linien dürfen nicht brechen! Ihr werdet alle sterben! Hey, cool, es ist Nacht. Das hilft uns schon mal. Für die Ehre! Norr wird uns rächen! Bereits! In die Schlacht! Wir sind der Tod! Das heißt, alle, die wir gerade getötet haben, werden zu Skeletten. Achtung, meine Güte. Schließt die Reihen! Halt doch still! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Was nutzt denn so? Um hier hin... Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Unverzüglich! Auf dem Weg! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Alles klar! Schlagt sie zurück! Ja, ihr habt mich beschworen! Bereit! Sofort! Für die Rune! Nein! Ihr werdet alle sterben! Okay, hier ist... Tod und Verzweiflung treiben euch! Schöner Engpass! Euer Blut wird im Boden völlig tippen! Ihr werdet alle sterben! Vorsicht! Euer Blut wird im Boden treiben! Ein Feigerangriff! Wir sind der Tod! Lasst uns teilen euch! Die Linien dürfen nicht brechen! Für die Macht Norrs! Vorsicht! Okay, hab's schon... ... den Feigerangriff! Zurück mit euch! Norr wird uns rächen! Vorsicht! Der Tod ist nur der Anfang! Also ist nicht gut, dass ich vorne stehe! Vorsicht! Die Linien dürfen nicht brechen! Ein ehrloser Hinterhalt! Norr wird uns rächen! Zeit zu sterben! Eure Gegenwehr ist vergebens! Verteidigt euch! Eure Gegenwehr ist vergebens! Vorsicht! Mir nach! Und Rückzug wird's nicht geben! Ein Feigerangriff! Zeit zu sterben! Oh Gott sei Dank, ich hab mich aus der Schussbahn gekriegt! Norr ist mit uns! Für die Ehre! Ja, so ist das eigentlich, wie es sein sollte! Ja, so ist das eigentlich, wie es sein sollte! Eure ...